So, willkommen zurück. Wir sind noch bei Heft 2 und bei Tüte 6. Ist auch 6, nicht 9. Das ist 9. Stimmt. Das wäre wieder was gewesen jetzt. Oh, mit so viele Steine. Wie das auch was? Oh ja, ich dachte, das kann ich nicht mehr machen. Und wieder. Recycling. Ich habe Haustiere hier rumlaufen, die fressen die Tüten. Oh je, oh je, das sind auch wieder ganz viele kleine Teile. Ja, wie wir schon sagten, das sind jetzt die Seitendinger wahrscheinlich nochmal. Wurde ich noch mal ein bisschen näher ran. Drei Stück sind das, also dreimal bauen wir das jetzt. Also am besten, du baust dann gleich mit, weil dreimal müssen wir das gleiche bauen. Oh Gott, ich bin nämlich gut, dass ich die kleinen Teile von mir habe. Aha. Also das ist schon praktisch, wenn man das zu zweit baut. Hat seine Vorteile. Hat seine Vorteile. Man kann es natürlich auch alleine. Nee, allein geht das glaube ich nicht. Man braucht nur länger. Was ist das alles? Man braucht länger, ja. Vor allem, wie wir auch sehen, immer mal mehr als zwei, wenn man mal ein Steinchen sucht. Ja, stimmt. Ja, jetzt müssen wir uns nur gleich treiben, wenn wir das dritte bauen. Schlagen wir uns drum. Nein, das kann man ja vielleicht. Ich muss auch rumblättern. So, zack. Zack. Aber es geht doch auch gut von der Hand wiederum. Ja, das stimmt. Oh je, ganz viele von diesen. Ja, die ist gefunden, aber dadurch, dass man immer den selben Handgriff macht. Routine. Gut, ja, ganz schnell. Routine. Next. Jetzt. Ja, wie gesagt, dann nochmal das gleiche bauen. Ach so, wolltest du auch direkt? Ja, bevor wir umblättern. Ja. Und wenn sie nochmal die in den unteren Teil hier. Dann setzen wir das zusammen. Genau. Also mit Taktik kann man das ja auch zusammenbauen. Okay. Und mit Fingernägel. Und mit Fingernägel. Oder? Tatada. Nein. Ich bin ein Mann. Ich mach das lieben Männer mal. Das ist ein schattisch das Ding. Ja. In Eintracht ist es ja schon genutzt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Wenn du noch weißt, welcher Teil das war. Ich glaube mit vier, oder? Ich meine auch mit vier. Mit vier. Also zurück nach vier. Wir verlinken das dann vielleicht. Wenn wir den Teil wiederfinden lassen. Ansonsten verlinken wir es nicht, was wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Ist ja nicht schlimm. Aber die können sich das ja in Ruhe anschauen. Genau. Wofür gibt es die Playlisten? Genau. Wie? Ihr guckt es nicht von Anfang bis zum Ende. Wir geben uns so viel Mühe hier. Das will gesehen werden. Das macht ja auch Spaß. Das muss gesehen werden. Wie heißen die noch? Beatles und Buttet? Beatles und Buttet. Hab ich so nie gesehen. Zu der Zeit, wo es im Fernsehen kam, war ich noch zu jung. So lange durfte ich nicht aufblüten. Nein, auch weiß ich nicht. Ich fand den Humor immer ziemlich gut. Ich fand den auch nicht so toll. Ich meine, wenn Fans da draußen sind, das sind meine Nachbarn. Herzlich willkommen. Wenn da Beatles und Buttet Fans drauf sind, alles cool. Aber ich muss es jetzt nicht haben. Geschmäcker sind ja auch verschieden. Genau. Wir stehen dann auf Lego. Genau. Okay. So, dreimal. Ja, das war bestimmt nicht alles. Ja. Ja, kannst du einen behalten. Geht ja weiter, hey? Und? Weiter geht's. Next. Aber ist auch besser so. Dann hat man das dreimal schon. Ist richtig. Brauchen wir nicht zurückklettern. Ja, hast recht. Das habe ich nicht bedacht. Aber ja. Ja. Wie gesagt, mit Taktik. Wir können ja auch mal so ein Rating starten. Wer von uns baut besser, Tobi oder Thorsten? Das ist eine gute Idee. Okay. Schreibt es in die Kommentare. Der Gewinner kriegt. Was kriegt der Gewinner denn? Ja, gute Frage. Ach, da musst du so ein Ding wieder bauen. Hier, ähm. Der Gewinner wird lobend im nächsten Video erwähnt, was wir allerdings schon vorher produzieren. Also, vorhofft euch nicht zu viel davon. Nein. Aber wir lassen uns da was einfallen. Genau, wir können den Kanal ja dann verlinken. Das kann man im Nachhinein anmachen. Irgendwie sowas. Der kickt einen Sightseeing-Tour durch den Turm. Das ist ja cool. Was gehen wir da? In real life. Na, das ist falsch. Das sieht cool aus. Wo soll das enden? Habe ich immer noch nicht aufgenommen, den Song. Das wäre nicht schlimm. Doch, irgendwie schon. Aber Europa wollte immer mehr miss, das ist immer aktuell. Ja, aber wir machen auch gute Sachen, ja. Star Wars ist auch dabei. Star Wars ist auch dabei. Ja, so, wenn man das so sieht, die dunkle Seite ist mit uns. Das sieht aus wie so ein Fighter. Ja, das scheint, sieht cool aus. Hat zu einem Hals. Den mache ich. So, ich kann ja schon mal dieses Trönchen da bauen. Ja, das ist eine gute Idee. Und wenn man das einmal gemacht hat, kann man das blind. Ja, ist gut. Blind nicht, aber... Also die Sets, die ich schon zusammengebaut hatte, möchte ich natürlich dann nochmal zusammenbauen mit Thorsten. Und dann auch online stellen, wenn mir noch das hier angenommen wird. Ja, wie gesagt, 200 pro Video sowas. Das ist der Deal. 200 pro Video. Was ist realistisch? Mit der entsprechenden Community. Sander will das Video auch verteilen, ne? Ich stelle groß an der Stelle mal wieder. Mir fehlt ein Stein. Welcher Stein fehlt der? Äh... Moment, da habe ich was falsch gemacht. Entschuldige. Ich nehme es wieder zurück. Trotzdem fehlt mir noch ein Stein. Hey. Wir fehlen dieser, dieser hier, ne? Mhm. Ach, ich weiß, was der Fehler ist. Ja, du brauchst ja dasselbe. Also das kann es nicht sein. Ach, hast du die vorne drauf gemacht? Aha. Ja. Ja, dann hat sich deswegen, wundert du mich das gerade. Ja, dann habe ich einen Fehler gemacht. Möp. Also bin ich der bessere Bauer. Jetzt schau mal. So, dann schalten wir um. Aha, jetzt geht's los. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je. Dreimal jeweils. Oh je, oh je. Ach so, wir müssen das noch zusammenbasteln. Ja, ja. Dreimal jeweils, wie gesagt. Ach, und ich dachte, steckst du drauf. Nee, hallo. Nein, das wäre ja nicht Lego. Oh, das wäre ja zu einfach. Hey. Eieieieieieiei. So, wer ist jetzt der schnellere Bauer? Von schnell werde ich nicht reden. Ich weiß. Ich weiß ja schon, was ich falsch gemacht habe. Ist das richtig, dass es überragt? Ja. Ja. Ich brauche schon mal den dritten. Ja, du brauchst ja eh sechs Stück. Wie? Hä? Ja, dreimal pro. Ach so, ja, ja. Nee, nee. Dreimal insgesamt. Ach ja. Ja, genau. Dreimal pro. Oh je, oh je. Das ist ja... Das stimmt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ups. Ernsthaft, beim zweiten Mal geht ja was schief? Am zweiten Mal kann ich das ohne hingucken. Ja, meine ich. Moooon, Mama. Das liegt an meinen... Was? Die Pillen, der sollst du mal weglassen. Nein, nein, keine Pillen. Man kann auch so gespart haben mit Lego. Auf jeden Fall. Wie gedacht, man ist, wie ich in Eintracht schon sagte, man ist nicht zu altraffär. Das stimmt. Tobias bastelt immer noch am zweiten rum. Unglaublich. Ja, ich lasse... Ich genieße es. Kein Kommentar. Dinge zusammenstecken, muss man genießen. Das stimmt. Genau. Da kenne ich auch noch das Lied. Du kommst doch schneller an. Ja. Du sollst hier auch gar nicht schön reden. Ja, ich auch nicht. Kommt hier an. So, die kommen jetzt zur anderen Seite. So sehen sie dann aus, wie sie fertig sind. Hübsch. Formvollendet. Artikelnummer blenden wir an. Ja, aber guck mal, da flammen auch wieder so viele übrig. Hast du das auch gemacht hier? Ja. Oh. Nein, doch, Alter. Hast du dich verunsichert? Ich wollte ja nur fragen. Dann ist das halt so. Ja, wieder genug Ersatz zu halten. Genau. Kommt dann hier in den Anlass. Hier passt auch genau runter. Mhm. Irgendwie. In dem Max jetzt noch eins. Boah. Du musst das schon mitgedacht machen. Ja, du musst schon ein bisschen. Da sind wir jetzt noch vorne vor. Ja, ist mir auch das jetzt. Ist mir auch passiert. Das war das komische Klacken vorhin. Ich habe mich schon gewahrt, was das war. Ja, das ist ein relativ kurzer Part. Aber so halten wir es jetzt ein bisschen in Ordnung. Boah. Das hat schon was, ne? Das hat auf jeden Fall was. Sehr futuristisch, ne? Gut, den Innenteil habt ihr jetzt ein paar Mal gesehen, aber jetzt haben wir halt diese Flügel hier im Außen gemacht. Das war Tüte Nummer 6. Sehen wir uns bei Tüte Nummer 7 wieder. Ja. In der Kamera gucken, nutzt nichts. Ich habe den Zoom noch dran. Tschüss. Schmidt. Michael. 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 Vielen Dank.